hallo herzlich willkommen bei dein geld deiner verantwortung mein name ist wenn und wir schauen uns heute gemeinschaftlich meine aktienkäufe aus dem monat september an und da würde ich sagen gehen wir auch einmal direkt rüber zur übersicht und da sehen wir hier jetzt schon auch ich bin euren wünschen auf jeden fall nachgekommen ja ich hatte ja die übersicht jetzt hier etwas angepasst und neu erstellt und dementsprechend ja bin ich da eben auf den wunsch eingegangen das mit den symbolen genau andersrum zu machen das heißt wir schauen uns das einmal an ich habe unter anderem investiert in den s&p 500 etf 275 euro und ich habe hier ja mich verteuert also was wir hier rechts dann sehen das symbol nach oben bedeutet eben ich habe teurer eingekauft als mein durchschnittskurs und dann wenn der fall nach unten geht habe ich günstiger eingekauft als mein durchschnittskurs in welche titel beziehungsweise etfs habe ich noch investiert dass einmal der ftc allworld mit dabei mit 200 euro dort habe ich eben auch teurer eingekauft das gleiche gilt auch für den swiss titans etf der habe ich 150 euro investiert in den china large cap etf dort konnte ich günstiger investieren als der durchschnitt mit 50 euro und so eh das war auch wieder etwas teurer als der durchschnitt darüber hinaus investiert 50 euro in costco sowie in church and white ich habe auch investiert 25 euro british american tobacco hier konnte ich meine einstiegskurs senken und darüber hinaus auch noch 25 euro in ecolab und penurica investiert welche aktiensparpläne sind noch ausgeführt worden da war noch mit dabei für 25 euro die lvm haben für 25 euro johnson & johnson und nike ebenfalls für 25 euro darüber hinaus investiert 12 euro 50 in die allianz und 12 euro 50 in microsoft genauso 12 euro 50 wurden investiert bei merck apple unilever fresenius und wald disney und wir sehen hier bei unilever fresenius und wald disney da gehen die pfeile nach unten das heißt da konnte ich dann meine einstiegskurse etwas drücken leider sind das ja die drei unternehmen die in den letzten jahren nicht ganz so gut gelaufen sind die sparpläne laufen trotzdem weiter dementsprechend ja trotzdem den durchschnittlichen kurs hier gesenkt darüber hinaus noch investiert habe ich in visa shell waste management und union pacific das bedeutet ich habe im september insgesamt hier investiert 1112 euro und 50 cent ihr wisst ja im venture depot aktuell wird nichts investiert das heißt das ist auch die gesamtsumme im september 2023 eben diese 1112 euro 50 ich habe euch wieder diese übersicht auch mitgebracht auf etwas angepasst das war das letzte mal auch so ein stück weit schon abgeändert und da sieht man die entwicklung meiner rollierenden brutto dividende in der zwölf monats entwicklung das heißt wir machen ein lesebeispiel september 2023 bedeutet ich werde voraussichtlich wenn es keine neueren informationen dann gibt aber stand heute in den nächsten zwölf monaten brutto 2033 euro an dividenden bekommen was jetzt zum beispiel damit eingeflossen ist microsoft hat ja zuletzt ja bekannt gegeben dass man die dividende erhöhen wird sowas habe ich dann zum beispiel direkt mit einfließen lassen das heißt immer wenn ich eine neue information habe wird die neue information genutzt solange bis eben die zuletzt information oder die letzte bekannte info ja obsolet ist das heißt natürlich auch bei unternehmen wie jetzt zum beispiel eine allianz gehe ich erstmal stand heute davon aus dass ich die gleiche dividenden erhalten werde wie ich zuletzt erhalten werde auch wenn aus meiner perspektive ist auch dort so sein wird das wahrscheinlich eine erhöhung gibt aber solange ich das nicht weiß und diese nicht feststeht wird sie dementsprechend auch nicht berücksichtigt und ich habe hier die entwicklung einmal mitgebracht von januar 21 bis eben september 2023 heißt hier ja in den letzten 33 monaten ist meine brutto dividende für die nächsten zwölf monate um 82,99 prozent gestiegen und man sieht auch zwischendurch gab es mal ein paar monate muss dann vielleicht weniger war als im vormonate was natürlich auch daran liegen kann das unternehmen vielleicht dividenden ausgesetzt haben wie es ja auch bei der disney immer noch der fall ist oder das dividenden generell reduziert worden sind wie es bei einer shell der fall gewesen ist wechselkurse spielen hier natürlich auch immer noch eine rolle und so kommen dann eben ja nicht immer nur steigende entwicklungen hier zu standard gehört auch eben dazu ich habe euch darüber hinaus noch mitgebracht meine top 10 dividenden zahler die hier in den großen einfluss haben eben auch auf diese dann insgesamt 2033 euro da sieht man gar nicht so unwesentlichen anteil hat hier unter anderem shell genauso wie british american tobacco und unilever 170 euro bei shell 167 bei bt 163 knapp bei unilever 135 bei der allianz johnson & johnson mit 128 euro knapp hier die unternehmen wochen strich beziehungsweise ist auch ein etf mit dabei wo ich so ein strich rechts hier drin habe in diese investiere ich aktuell nicht weiter bei den anderen laufen eben die sparpläne und das zeigt dann eben genau das an was ich für ihn gesagt habe microsoft kaufe ich aktuell oder habe ich in dem monat teurer eingekauft als mein durchschnitt und bei fresenius eben günstiger also wp carry hier noch mit dabei 80 euro 96 der msi world mit 80 95 iron mod mit 80 53 fresenius mit 79 euro 11 und nach der letzten dividenden erhöhung und der sparplan ausführung im letzten monat war hier an der letzten stelle also am platz 10 noch 3 m gewesen mit 75 euro und ein paar zerquetschten und jetzt ist es microsoft hier mit 76 euro und 23 cent und ich würde sagen wir gehen noch mal rüber zum portfolio performance wir gehen einmal durch die bestände durch das sehen wir apple die größte position gefolgt von microsoft wobei eine 8,2 zu 8,2 also gibt sich jetzt nicht wirklich viel 8.115 euro und 61 cent und das ist 8.114 euro und 57 cent portfolio wert also ungefähr gleich groß die beiden positionen dann kommt der msi world gefolgt von dem s&p 500 etf hier mit 5,3 1 prozent portfolio anteil wir haben die unilever mit dabei johnson & johnson hier ist dann auch schon die shell die ja auch bei den dividenden den größten anteil ausmacht dann haben wir eine church and write damit dabei eine visa benneigner allianz der vengard ftc all world presenius mein verrechnungskonto zu etis der dow jones etf costco merck pernuri k ist hier mit am start die sap ist mit dabei disney der dow jones swiss titans etf jung heinrich iron mountain der china large cap etf british american tobacco das ist auch immer so spannend zu sehen hier an ja relativ kleiner depot gewichtung hier hinten wirklich nur mit zwei prozent portfolio wert aber die zweitgrößte position was die auszahlung der dividenden entspricht das sind ja nur irgendwie 34 euro glaube ich sind es der unterschied also wirklich marginal zu der shell die shell ist aber ja in meinem portfolio doppelt so groß und dann hast du eine microsoft mit dabei die vierfach so groß ist die aber an am ende nur an stelle 10 ist was die dividenden betrifft also super interessant auch auch das zu sehen wp carry ja auch mit dabei hier mit einem portfolio anteil sogar nur von 1,11 prozent also von daher ja es ist ja sehr unterschiedlich iron mountain hier auch mit dabei 2,06 prozent also gerade auch viele der kleinen positionen die ich hier im portfolio habe sind trotzdem für ja eine relativ große anzahl an absoluter dividenden eben verantwortlich er form h nestle und 3m hier noch mit dabei genauso wie meister waste management wp carry omega healthcare union pacific tak immobilien ecolab ea roche und tänzeln wir können auch noch mal einen kleinen blick auf die bisherige performance werfen im monat september leider negativ hier mit minus 1,7 prozent und ich war ja zwischendurch mit dem portfolio mal über den 100.000 euro gewesen jetzt sind wir wieder doch etwas deutlicher drunter bei 99.000 also gerade auch im aktuellen monat ist das portfolio dann durchaus ordentlich zurückgegangen da sehen wir hier trotz investitionen natürlich auch delta im berichtszeitraum minus 1682 euro wie sagt man so schön for the good and for the bad ja also wenn das portfolio eine gewisse größe erreicht hat klar bei 100.000 euro sind dann 1,7 prozent halt eben dann auch 1700 euro stört mich persönlich tatsächlich nicht ich gucke auch immer weniger also noch weniger als ich es vorher schon immer gemacht habe ins portfolio rein und wir können uns das aber auch noch mal einmal hier ansehen genau da sieht man relativ schön hier waren dann einige tage mit dabei wo das portfolio dann teilweise sogar bei 101.000 euro dann auch schon gewesen ist das geht dann doch auch relativ fix wenn da ein paar gute tage mit dabei sind so wie es in die eine richtung er sich bemerkbar macht macht sich dann auch in die andere richtung bemerkbar wir können noch mal einen blick hier bisher auf meine top wertpapiere in diesem jahr schauen ganz vorne tag immobilien apple microsoft sap und die verlierer wp carry rosch nike 3m und wie et wir können auch noch mal in den aktuellen monat hier reinschauen ob da ist die shell ganz oben umgekehrt costco tag immobilien und als verlierer wp carry penurica nike 3ml vmh zu etis und jung heinrich ja so sieht das aktuell zumindest bei mir portfolio aus ich bin gespannt wo wir am ende dann wirklich auch aussteigen das waren auch die wertpapiere die ich diesen monat eben per sparplan dazu gekauft habe was mich wie immer interessiert in welche titel und ja oder beziehungsweise in welche aktien und in welche etfs habt ihr diesen monat investiert schreibt mir super gerne in die kommentare und dann würde ich sagen vielen dank fürs zusehen bleibt gesund und bis dahin euer sven